80 Mauerblöcke noch. Oh. Schick aus, ne? Wir machen mal Feste, würde ich sagen, weil eigentlich könnten die doch ein bisschen helfen bei den Monumenten, oder? Habe ich das noch an, oder ist das in... Ja, ist an. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das vielleicht ausgestellt ist im Add-on. Wobei ich ja eigentlich kein neues Spiel habe. Ne, ich mache prinzipiell jetzt einfach mal überall Statuen, weil wir nachher der Willen brauchen. Und solange wir das Geld haben, mache ich sowas gerne. So. Okay. Doch. Das läuft doch. 11% Arbeitslose. Ich hätte hier gerne sicher, als wäre eigentlich ein bisschen Holz auch da, oder? Ne, versenkt werden. Müsste 4, wäre das schon besser. Und so, 3 schaffen wir auch ohne Probleme. So, wir müssen überall halt auch noch Schreiberschulen und sowas hinkriegen. Ähm. Da wir ja genug Leute haben, mache ich immer mal ein bisschen Platz. So ein Hauch. Weil wenn die sich jetzt nämlich dann... Doch, der hat das rote. Doch, Leine. Cool. Äh, Subi, Subi, Subi. Toll. Äh, Schreiberschule. Schreiberschule? Dann, als nächstes, brauchen wir hier irgendwo ein Einbalsamierungshaus noch. Ich muss wahrscheinlich eine Hand und Merk überall reinquetschen. Schauen wir jetzt mal so. Ähm, wir müssen auf jeden Fall ein Pavillon noch bauen. Könnte man doch theoretisch hier unten hinhauen. Okay. Ja, okay. Ich suche noch eine Tanzschule. Ja, gut, läuft. Ähm, hype, hype. Ähm, hype, hype. Okay. Fangen wir mal unten das Geschirr an. Das ist denen nicht so weit weg. Machen wir es sicherheitshalber. Hier noch ein Warenlager hin. Ähm, ähm. Eine Lohnung. Läuft doch ganz gut. So. Die werden sich auch auf. Schön. Dann kann ich da jetzt auch die Plätze mal hinmachen. Jetzt lass ich mal erst den ganzen Einwohner reinkommen. Dann könnte ich eigentlich das Bier anmachen teilweise. Dann mach wieder. Mach wieder. Geil. Luxuswaren brauchen wir später für die Villen, deshalb verkaufe ich die jetzt gerade. Hier irgendwo noch. Beide noch 27 Blöcke, Zufall. Jetzt muss man es so. Und wie hält es da gerade in der Schiffle? Oh mein Gott, was ist denn euer Problem da? Ach so. Ah okay. Alles gut. Krass. Ach, hier sind wir da keine mehr. Ich mache hier mein Bier an und zwar hier. Oh, hier können wir eigentlich Ohren machen. Gut. 56 Blöcke. Uh, noch 60 Blöcke. Uh, noch 60 Blöcke. Und noch ein Vorbauern. Und noch ein Vorbauern. Letzte. Hätte ich mit meinem Waffenschmieden warten können, ne? Na, machen wir halt wieder eine hin. Na, machen wir halt wieder eine hin. Oh, das nervt immer. Oh, das nervt immer. Oh, das nervt immer. Ich mache hier allen das Bier anklären, ha? Muss ja, wann es weiter ist, sonst läuft der nämlich dumm und dämlich. Das ist in der hier. Oh, das ist in der hier. Ja, die Stadt muss jetzt warten, die der Waren fordert. Ah, deshalb geht hier nichts mehr. Ja, ich habe hier so ein paar blöde Schlangen, die frei hocken. Das ist halt das Problem, die spawnen halt irgendwann und dann ist das halt rum, ne? Und dann kommt er locker, es hilft, es hilft, es heilt, es heilt. Und dann kommt er locker, das hilft, es heilt. Die hier unten können wir einsperren, die zwei. Die müssen das ja ein bisschen anders machen, glaube ich. Da haben wir ein paar Türme hinsetzen, glaube ich. Die, 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 die. So, damit sie mir nicht dauernd wegsterben. Ja, das wird ein Papier. Das lief jetzt leider ein bisschen doof. Ich weiß auch gar nicht, ob die Leute zu reichen über die Mauern. So, dann könnt ihr, glaube ich, nach Hause. Gut. Dann fände ich es mir doch schon besser. So, jetzt ging es hier ganz schön voran, ne? Hier noch 40 Blöcke. Machen wir unsere Blöcke. Blöcke, blöcke, blöcke. Okay. Das nimmt gut ab. Jetzt hat er wenig Gäste, was wir da reinkriegen, ne? Kann aber nicht mehr machen. Wahrscheinlich nachher zum Ende hin haben wir es nochmal kurz, damit sie sich alle aufwerten können dann. Okay. Es scheint so, als bräuchtet ihr mal ganz dringend ein Gericht. Mit dessen schleimelst du, schleimelst mir mal weg. Mal nachher ein bisschen umbauen. Okay. 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 Jetzt wähle ich Bier. Kann ich importieren? Müssen wir es halt jetzt so lösen. Die kann natürlich mit der Gäste noch oder hoch, ne? Ich guck mal, wann sie jetzt wieder aufgefüllt wird, die Gerste. So, wie es plötzlich läuft, oder, ne, hab ich auch was? Der Ruf ist ja schon auf Hunde, er kann da doch jetzt auch nichts mehr machen. Ja, das sollte eigentlich bei den Monumenten helfen, aber ich glaube, das tut sich jetzt nichts mehr. Mach mal den Export aus von den Leinen. Mit euch hier, ins Praxis. Wow. Das wird wahrscheinlich außendrum da noch schön gemacht auch. Da ist mir ein Bier auch wieder. Oh, schick mit zum Außen hoch. Kommt das Kupfer gerade rein. Habe ich das noch an? Ja. Kannst du auf 800 gehen? Hab die Waffen gemacht? Außen hoch. Egal. Ah, das Dach. Okay. Dafür wollen wir wohl gucken. Schick. So, ich hab gehört, ihr wollt Leinen haben. Und hier auch. Wird da hinten wahrscheinlich noch gemacht. Und das Außen hoch wahrscheinlich auch noch. Und dann kommt hier vorne noch mit Marmor was hin. Wohl. Ist das echt schön? Was ist mit meinem Geschirr eigentlich los? Ja, das ist natürlich dämlich, ne? Das war dämlich. Jetzt legt mal los, Leute. Kommt. Jetzt legt mal los, Leute. Ich mag das mit dem Brötchen nicht immer nicht. Jetzt machen wir das kurz auf 1, damit einfach nur das Zeug beikommt. Ach, so sieht der aus. Der gefällt mir jetzt gar nicht. Der ist mir ein bisschen zu bunt und so. Oh ja, der gefällt mir nicht. Das war's. Das war's. Er wurde vom Weinen. Und so, wenn alle was vor breder, Ich habe dich gefällt mir nicht. Wie ist das? Ich habe mich verloren. Ich habe dich verloren. Die ist schön, die ist wirklich schön. Gibt es mir noch besser aus gleich? Ich gehe jetzt mal nicht auf die Forderung 1, kann ruhig mal ein Kampf kommen, oder? Fisch, 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 ja, mir öffnen sie mal nicht. Gibt es aber richtig? So, jetzt ist die Frage, das kann weg? Es geht weg, es geht weg. Marmor bitte alles weghauen. Mal gucken, fahr mal aus. Jo, mein ist jetzt am besten. Also wieder ein paar Türme wegkauen, ne? Wird aber glaube an sich noch. Mach hier noch ein Komplex hin. Keine Ahnung. Oh, die Bastard. Ja, jetzt sieht das schon besser aus. Okay. Jetzt folgendes Problem. Gehen. Ne, das war es glaube ich, oder? Das war gut. Wir sind offen. Die verkaufen die Nahrung. Ah, können wir beides machen. So, und jetzt wollen sie eigentlich die Luxus machen, ne? Feuer in der Stadt. Feuer in der Stadt. Feuer in der Stadt. Ja. Ja. Und die Biotäken sollen sie sich auch noch irgendwo reinsetzen, gell? Das ist bescheuert. Hm. So. Wir sehen das jetzt schon an und sagen wir legen los, legen hier auch los. Machen sie euch noch ein bisschen schöner. Ja, wir sehen uns schon wieder, wenn wir hier sehen, wenn wir hier sehen, wenn wir hier sehen. Und im Bibliothekzugang noch einen, guckt ihr. So, da kommt schon. Und immer sind wir aus dem Haus hin? Naja, ok, das passt. Hier noch. Ich hab hier zwei Religionen Leute, es muss auch reichen. Was hatte ich hier immer drin? Ich hab da auch noch ein Reh hin. Ah, die reichen. Okay, okay, okay. Dann haben wir jetzt aber zu viele Leute. Verlösen. Und dann jetzt los. Äh, war das mein Spielstand? Müsste, 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 oder? So geht meine 1-Monats-Zeiten hier richtig ruhig. So wohnen da so wenig Leute. Ähm. Möder. 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 Ähm. Möder. Okay. Okay. Schnell die sich dann halt aufwickeln. Also. Ich fehl echt die Daumen, ja. Das war schon ja wohl langsam zu wenig, ne? Boah, wie die schwindeln da hinten? Ja. Boah. So. 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 Vielleicht bräuchte ich aber nur ein, zwei Sibos, damit die Ernte, die auf einmal kommt, auch irgendwo drin ist. Die kann ich dann theoretisch auch noch reinmachen, ne? K懂st ja beruhigte, Sibos. So? Okay, schade. Was ist das? Okay. Okay. Wie sieht die 7000 knackt? Das ist ja der Wahnsinn. Wieso wohnen denn hier auch keiner drin, bitte? Nimm uns mal Leute. Da muss Edelsteine importieren, ne? Was ist mit Papyrusschule los? Ähm. Wollen wir nicht zu gewohnen, ne? Das ist zu weit weg, glaube ich, für die ganze Nacht. Es wohnen keine Arbeitskräfte, ne? Ja, hier gibt's schon Arbeitskräfte, Leute. So. Ja, klasse, Glückwunsch. Ich könnte hier auch nochmal bangen. Das ist ja eh schon so viel Anwärmung, ne? Ja, als Luft ist anzunehmen. Okay. Ja, jetzt hat er die Klocke geknackt, ne? Toll. Eigentlich wäre er im Zoo aber jetzt schlecht, oder? Oder hier? Hier, genau, woher? Können wir eigentlich schon gerne hier irgendwo reinsetzen? Oder halt hier irgendwo rein? Boah, schwer zu sagen. Ja, eigentlich soll er schon hier rein. Das kann man da nicht holen. Achso. Läuft. Äh, ja. Wo ist das weg? Das war ein Weg. In der Weibereien läuft die eh nicht so richtig, ne? Das läuft halt auch überhaupt nicht. Ohne Willen läuft das natürlich auch nicht. Habe ich noch einen, der noch Wild verkauft? Äh, ich glaube, ich hatte alles so wirklich nur. Ja, keine Chance. Sind plötzlich 8000 Gold. Das ist schon ein Witz, ne? Gucken wir mal an die Götter aus, da. Das ist aber die Lippung. So, Mensch. Gucken wir mal weg. Gucken wir mal mit Bastard rein. Hier sind schon zwei Bastard. Gucken wir mal mit Fahr rein. Ähm. Ähm. Tierchen haben wohl genug gedrückt. Ah, jetzt gibt's an der Kulturwertung, ne? Ach, das ist doch bescheuert. Ich glaube, ich bin schon mal durch. Ich glaube, ich bin schon mal weg. Ähm. Ach, ich bin schon mal weg. Ach, ich bin schon mal weg. Ähm. Tänzerinnen ist jetzt ein bisschen ungeschickbar. Ja, klasse! So, Pavillon! Na, mal gucken! Ach, die kriegen da einfach keine Leute an der Stelle, das ist irgendwie geschaut. Und dann werdet euch mal wieder auf. Wie kann ich denn Arbeitskräfte benötigen? Das kann doch nicht wahr sein. Krass. Wollt ich hier eigentlich auch keine Probleme mehr haben mit der Arbeitskräfte an der Stelle? Äh, es zähle ich mal so. Ich muss ja hier auch mal grüntieren, was man müsste. Schreiberschule, ähm... So, jetzt stürzen wir hier was ein. Ah, okay. Okay, da läuft's. Nein, Quatsch, sind da gebaut. Okay. Äh, einmal so ein Jungshaus. Hier halt auch noch eins. Warte ich die Pabbeljungen weg, bist du da? Ähm, wie du? Was schlicht denn das ist? Ich weiß, ob die das online funktioniert zum Klapp echt nicht gut. Zumindest die Villen halten sich jetzt echt gut, muss ich sagen. Und da die Häuser dabei sein. Ah, jetzt muss ich auf Leiden machen, das geht's nicht. Okay. 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 Ich muss jetzt hier mal ein bisschen die Häuser wieder aufbauen, möchte ich. Oh Gott. So, äh... Maus. Was würde ich noch machen? Häuser aufpischen. Okay. So, hier ist gleiches Spiel. Also hier ist ein paar Pausen. Oh Gott, wenn ich jetzt hier stehe. Also hier ist die Rude. Und da ist er noch ein bisschen ... Is da überhaupt nicht pasa? Ja, oh Gott. So, hier ist ein paar Pausen. So. Müssen wir jetzt aufhören? Aha. Ich glaub's das nicht. Okay. Ja, der Wohlstand ist jetzt wirklich wunderbar. Was ist jetzt mit Leiden eigentlich? Ob man sich in dieser ... ... die Kunst des Handelns. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Waren zu handeln. So will die Leiden kaufen? Wir warten ... ... die Kunst des Handelns. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Waren zu handeln. Wir warten darauf, dass unser Schiff mit Warten verkehrt. Wir warten darauf, dass unser Schiff mit Warten verkehrt. ... die Leiden kaufen. Ob man sich in dieser Stadt ... ... ob man ... ... die Kunst des Handelns ... ... die ... ... die ... ... die Kunst des Handelns. ... ... ich kann es kaum erwarten, mit meinen Waren zu handeln. ... 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 Keine Ahnung. Überall einer drin. Ne, Tänzerin. Mal ganz kurz auf die 1. Sind sie Bibliotheken? Ok, Moment mal. Wir fahren jetzt mal ganz dreist die Türme weg. Dazu wieder Arbeitskräfte fordern. Möchten die nicht noch mehr Leute kriegen. Über 8000 war ich völlig. Ähm, wo ist denn mein Drittelplatz? Irgendwann der Akademie? Warte mal, der war noch oben, oder? War der nicht hier? Hab ich 8000 abgerissen? Ha! Ja. Die Arbeitskräfte ist zu wenig hier, wenn wir bestimmen. Was wird das? Jetzt wird das Arme reicht noch nicht. Ich guck jetzt mal, wie es aussieht, wenn die jetzt Leute... die Leute alle mit reinkommen. Ach, es wird eher schlichter besser. Warum wird es denn so schlecht gerade? Die halt auch total leer stehen, warum auch immer, ne? Die halt auch total leer stehen, warum auch immer, ne? Verstehen sie mal nicht. Was ist das für richtig doof? Ach, Mensch! Ich hab ja noch eine bauen. Ich hab da noch eine bauen, das ist... Okay, was haben wir denn noch so? Ich würde gerne alle vom Militär abzwacken, aber das kann man halt nicht einstellen, das nervt mich ein bisschen. Ich probiere mal was. Es sollte ja normal keiner mehr kommen, der mich angreifen. So. Viel besser wird es halt dadurch auch nicht, ne? Aber ich fürchte, die Bibliothek muss ich sogar nicht bauen, weil die arbeiten nämlich nicht alle, die ich habe. Um. Um. So. So. Um. 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 Komm schon! Oh, es fehlt mir jetzt schon. Jetzt haben wir es. Jawohl.